Auf jeden Fall motiviert, immer freundlich und hilfsbereit und auf jeden Fall auch engagiert. Also man merkt halt auch, jeder den man bisher getroffen hat, macht es gerne und hat auch Spaß dran und freut sich eigentlich, wenn er einem helfen kann. Man ist halt nicht nur der Kunde, sondern man wird halt auch wirklich begeistert, eigentlich auch aufgenommen und es hat einen familiären Touch, der halt auch sehr schön ist, wenn man gerade aus einer großen Unternehmung kommt, dass man halt da auch nette, freundliche Kontakte bekommt und sich ganz geborgen fühlt als Kunde. Sehr kundenorientiert, sehr serviceorientiert, ja und es ist eine große Familie. Die TTS-Mitarbeiter sind sehr beständig. Also viele Gesichter kenne ich seit, sehe ich seit Anfang an. Ich glaube der erste Kontakt war 2008 und das sind immer noch die gleichen Gesichter, was mir einfach zeigt, dass das Unternehmen offensichtlich sehr attraktiv für seine Mitarbeiter ist. Schafft für mich das Vertrauen, dass ich auch innerhalb mehrerer Jahre immer noch die gleichen Ansprechpartner habe und mich nicht wieder auf jemanden Neuen einstimmen muss. Es ist ein sehr dynamisches Unternehmen, was auch bereit ist, sich zu entwickeln. Sie sind sehr kooperativ und ja, sie schaffen gute Lösungen. trainiert. Ich bin sehrarry. Hey Leute, irgendwie drauf an. und